Ja, was habe ich vom Sport gelernt? Ich habe vom Sport gelernt, dass ein Team viele Talente braucht, um nach vorne zu kommen. Ich habe früher als junge Frau Damenfußball gespielt, war linke Verteidigerin und konnte ganz gut mich den Stürmerinnen entgegenstellen und denen den Ball abnehmen. Was ich gar nicht konnte, war lange Strecken mit dem Ball laufen. Da hatten wir andere Kolleginnen in der Mannschaft dafür und wir hatten auch eine Kollegin, die besonders die Abseitsregel wusste und uns alle hinausschrie aus dem Abwehrraum. Und diese Erfahrungen habe ich mitgenommen jetzt in der Landtagsfraktion. Ich mache dort Arbeitsmarktpolitik. Das ist mein Lieblingsressort. Genauso wichtig finde ich es aber, wenn Fraktionskolleginnen und Kollegen ihre Sicht der Dinge und ihre Meinung mit in den Arbeitskreisen und in die Fraktionssitzung bringen. So kommen wir zu einem differenzierten, durchdachten Ergebnis, das von allen getragen wird. Bis zum nächsten Mal.